Räume von Kutschen, Raumschiffe, Meteoren, Planeten und mein Toilettestink bis zum Himmel. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen spazieren. Das war jetzt falsch, ich wollte mich jetzt kehren und ich sitze. Was ist denn das? Hallo? Was macht er denn jetzt? Das ist ja weg. Er hat noch gespielt, achso. Ja, und herzlich Willkommen zu Timo Live. Ja, ich habe Hunger, ich habe Hunger, genau. Jetzt mal zuschauen, achso. Geboten und Wörter brüllen, nein, singen, üben. Achso, ich habe die gehört. Achso, ich muss, ich muss das mal. So, hoch jeden Zuschauern. Danke, du, freundlich. Was machen wir denn nochmal schnell? Ach, das wollen wir ja nicht machen. Aber sie soll auch fehlen, das hatte ich ja in Auftrag gegeben. So, freundlich. Ich will Fläschkarten bitte zu spielen. Geschichten erzählen. Wir schauen mal. Dann knuddeln die Eimer kommen. So, wir müssen die Essen machen. Hey. Achso. Ups, da hat er was nicht hingekommen. So, okay. Dann haben wir jetzt mal unseren Tagesbedarf an Knuddeln abgegriffen. So, was ist denn das hässlich jetzt? Äh, sie hässlich. Wirst du hässlich? Geh weg, uhuhu. So. Mm, yum, 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 yum. Ja, das sieht so lecker aus, komm. Ja, das schmeckt. Das schmeckt, das schmeckt. Hm, der macht auch noch ein komisches Gesicht manchmal. Oh, okay. Die machen wir mal ein doofes Gesicht. Was ist denn für ein doofes Gesicht? Hat die mit so einem hässlichen Gesicht gemacht? Das liegt ja voll runter. Ist die, oder ist die gerade ein bisschen, ja, die ist ein bisschen angepisst. Ah, das ist Energie, ist so. Achso, da kann ja schlafen gehen. So. Ja, aber, äh, wie kommt er jetzt mal wieder raus? Die schläft. Ja, muss ich ihn ja wieder rausholen, ne? Kanada. Hm. Und nun? Sitzt man da. Achso, sie hat auch Hunger, ne? Aber ich schläft sie erstmal. Lassen wir sie schlafen. So, jetzt holen wir ihn raus jetzt. Ähm. Nee, kann man... Hm, 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 nee. Hallo? 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 Ich möchte sie hier raus. Wo ist du? Ah, hat sie gehört. Hat sie halt nicht in den Laut gerufen. Ah, sieh, 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 sieh. Okay, ja, alles klar. Okay, lasst uns runter, wir wollen jetzt Platz hier krank machen. Tschüss. Schliege, Mami. So, wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt... Geh jetzt nicht durch. Geh schlafen, ich hab was zu tun. Tür abschließen, nein. Äh, wir gehen einfach raus jetzt. Komm rein. Äh? Fremde Menschen anquatschen. Komm. Hier hingehen, hier hingehen. Hopp, hopp. Wir gehen jetzt hier hin. Das Wetter ist ja schön, aber warum muss ich mich auch nicht anziehen? Ach, da hat sich doch angezogen. Okay. Alles klar. Das war ganz automatisch gemacht. So, ich bin die Mami und geh jetzt verzieren. Lalalala. Komm, wir gehen. Äh, lass uns mal jetzt... Oh, wir spazieren. Und joggen. Oh, wir joggen mal mit. Da lang. Oh, yeah. Hier hingehen. Achso, man kann auch laufen. Hier laufen. Lauf, laufen. Laufen. Hier laufen. So, hier, hier laufen. Ich kann mir den hier anquatschen. Freundlich. Hallo. Spielzeug, guck mal. Guck mal, ich hab Spielzeug. Oh, warte mal. Guck mal, hier, Spielzeug. Guck mal, hier. Tolles Auto. Hier, guck doch mal. Guck doch mal. Tolles Auto. Guck doch mal. Tolles Auto, ich hab, ja. Tolles Auto, ne? Machst du nicht? Toll. Was haben wir noch? Mit fremden Regen. Cool, was ist der nächste? Wow. Oh, ho, ho, ho. Haha, so, so. Glocke unterhalten. Oh, ho, 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 ho. So, ho. Wabarani, Zinze. Bayumi, Jaspa, Xim. Wixana, Zarspa. Usanet, Pandole. Glocke unterhalten. Oh, ho. So, und jetzt? Huh? Weinen, warum? Wegen Traurigkeit, warum? Traurigkeit ist, äh, weinen. Na, wir weinen mal ein bisschen. Oh. Oh, okay, das macht ein Mist. Traurig, warum? Gehen wir ein Dessert holen, komm, wir gehen nach Hause. Wo ist er denn, hä, da, hohenfreundlich, nachtisch bitte, sag mal, was machen, gehen wir mal hier an, gucken, wann der Temu denn hier angewackelt kommt, ist er schon auf dem Weg, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Da kommt der jetzt angelaufen Tempel, 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 Tempel Das hat er noch auf seine Wunschliste Sonderumfug erzählen, das kann man auch eine nachtische vorbei, aber da war ich zu langsam für, ne? Okay Dann können wir hier Sandra nochmal ein bisschen, äh, freundlich Unsinn erzählen! Geschichten erzählen. Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Über Helden reden, umarm zu schauen. Über Kunst reden, was? Lieblings-Tier reden, Party. Über Helden reden. Aber hier Unsinn finde ich gar nicht. Dann noch eine albanne Geschichte erzählen. Nicht wieder in den Sitz rein. Der will da nicht rein. Der will da nicht rein. Aha, schon wieder in den Sitz rein. Die sitzen immer so gerne da zurück in den Sitz. Für Lolli, ich lasse lächtern. So, sie scheint ausgeschlafen. Na toll. So richtig Lolli sieht nicht aus. Lustig. Aber die Geschichten erzählen. Da ist das noch. Da lustig ist das. Achso. Umfug erzählen wir noch. Achso. Lustig. Umfug reden. Spiele zu spielen. Ah, sonst geht das gerade nicht. So, was haben wir hier? Sanderwitten zu spielen. Ah, freundlich. Sanderwitten zu spielen. Ja. Was waren wir noch? Ah, Töpfchen. Ach, Töpfchen. Muss er schon wieder? Nö, muss er noch gar nicht. Ah doch. Ah, Töpfchen. Töpfchen. Doch, das wird schon. Können wir schon mal so ein bisschen, ne? In diese Richtung gehen. Töpfchen. Töpfchen. Oh, Töpfchen. Oh, Töpfchen geht. So, mal vormerken. Und jetzt muss ich mal was gucken. Wie Tage hat er denn noch? Zehn Tage bis zur nächsten Altersstufe. Okay. Zehn Tage ist er noch kleinkind. Samstag, was er hier noch fast gefühlt wie die Jahre sind. Wer läuft da draußen rum? Oh, ja. Schön. Ja, so toll ist er jetzt bis jetzt nicht. Jum, jum, jum. Das hat trotzdem ein bisschen was. Das ist ja nicht. Oh, große Augen. Jum, jum, jum. Vergesst. So, hallo? Oh, wirklich, die kommt nicht wieder. Ah, Bumbi. Hm, geguckt? Ja. So, da war mal ein kurzer Traurigkeitsanfall. Er muss auch dringend auf Toilette auch. Wenn er so gespielt. So. Oh, ja. 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 Oh, guck mal. Ich will mich verrotzen. Man zugucken wird mir schlecht. Er liebt sie. Okay. Ah, drei Mal. Hoch hin. So, fertig. Jetzt geht's auf Toilette. Toilette, Toilette, Toilette. Yep. So. Die sind hier nicht aus, aber wir haben dafür keine Pixel mehr. Das reicht auch aus. Das ist ja auch total Quatsch, dass der Pixel wird. Der wird sich eh nicht ausgezogen. Das ist ja auch okay. So ist auch okay. Verschandelt das Spiel nicht. Die Pixel-Life verschandelt das Spiel immer. So. So. Oh, der Kleine ist auch schon müde. Sie ist ins Bett. Dann geht er aber alleine. Es ist heute ja keiner da, der auf ihn aufpasst. Dann, ähm... Nigger hier mal schlafen. Ähm... Ja, Energie ist ziemlich down. Wir sollten schlafen gehen. Da sollte er noch schlafen gehen. Tack, 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 tack. Hopp. Und... Weg. Ab ins Bett. Und schlaf. Gute Nacht. Ach. Warum hält er es an? Ab weil sie wach ist. Was hat sie? Wo die möchte ich eigentlich gleich großartig spielen. Sie hat ein Blasenproblem. Und sie hat Hunger. Hunger, ist sie nicht was? Was sollte sie alleine hinkriegen? Na, Toilette und solche Sachen. Ja. Jetzt ist es schon... Da komme ich mir nicht drum. Deswegen beschleunige ich das. Das ist ihr Problem. Nicht meins. So. Ne, aber ich glaube, der gut läuft. Ich hoffe, ihr stört euch nicht. Passt vielleicht nicht so gerade dazu. So ganz. Aber ja. Ah. Sie läuft langsam gesprungen. Warum? Was hat sie denn? Ah, sie ist nicht auf die Toilette gegangen. Warum geht sie nicht auf die Toilette? Ja. Du bist cool. Echt. So. Na gut. Wir halten an der Stelle mal wieder an und machen eine kleine Pause. Ja. Bis zur nächsten Folge. Und habt euch wohl. Und dann mal gucken, was wir dann... Ich hatte eigentlich vor, mit Timo ein bisschen weiter zu laufen. Weiter gegen zu konnten. Aber naja. Da kamen wir halt noch ein paar Aufgaben dazwischen. Naja. Vielleicht werde ich nächstes Mal die Aufgaben ignorieren. Aber wir werden das dann durch die Gegend latschen. Alles klar. Pause. 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 Also. Bis in Kürze. Ciao. Euer Jockel.